Sie sind hier, 5. November 2018, 18.25 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Mackay Mason, Oskar da Silva, Sebastian Muchen, College Basketball, Urheberrecht, Sport1 Grafik, Imago, Picture Alliance München, die deutsche Welle im College Basketball, live auf Sport1 US hält an. Ein Nationalspieler nimmt einen letzten Anlauf. Sport1 stellt die möglichen Stars von morgen vor. Drei Wochen nach der NBA startet auch am College die neue Basketball-Saison. In der besten College-Liga der Welt, der NCAA, kämpfen über 300 Schulen um die Meisterschaft. Unter den vielen jungen Talenten tummeln sich auch wieder zahlreiche Deutsche, neben elf weiteren Hoffnungsträgern der deutschen Basketball-Zukunft geht mit Mackay Mason sogar ein A-Nationalspieler an den Start. Zuletzt konnte Lakers-Star Moritz Wagner das College als Sprungbrett zu seiner NBA-Karriere nutzen und führte sein Team sogar bis ins Finale. Wie stehen also die Chancen der deutschen Nachwuchsstars in diesem Jahr und wer darf wie Wagner auf eine Teilnahme beim March Madness, dem spektakulären Final-Turnier im Frühling, hoffen? Sport1 hat die Infos und stellt die Zukunft des deutschen Basketballs vor. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Prof1-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr Untertitelung des ZDF, 2020